Skandal! Kein Klimageld für Millionen Rentner, wenn es nach der FDP geht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Am 28. Mai 2022 teilte der Bundesminister für Arbeiten Soziales mit, dass es ab Januar 2023 ein soziales Klimageld geben soll. Dieses Klimageld soll nach Einkommen gestaffelt, gezahlt werden. Nach den Vorstellungen des Hubertus Heil würden vor allem Bevölkerungsgruppen in Deutschland wie Rentner, Menschen mit mittleren und kleinen Einkünften, Studenten, Sozialleistungsempfänger von dem Klimageld profitieren. Hinter dem Klimageld steht eine steuerliche Entlastung bei der CO2-Steuer. Der Grund für das Klimageld steht in Seite 63 des Koalitionsvertrages der Ampel geschrieben. Ich zitiere, wir setzen auf einen steigenden CO2-Preis als wichtiges Instrument, verbunden mit einem starken sozialen Ausgleich und werden dabei insbesondere Menschen mit geringem Einkommen unterstützen. So im Koalitionsvertrag auf Seite 63 geschrieben. Den Koalitionsvertrag der Ampel hat auch Herr Lindner, der Finanzminister, mit unterschrieben. Der Vorschlag Hubertus Heil stößt bei der FDP auf heftigen Widerstand. So sei ein solches Klimageld gar nicht vereinbart. Das ist noch die billigste Ausrede. Besser wäre doch eine Steuersenkung und die Abschaffung der kalten Progression eine andere Aussage zu diesem Thema. Liebe FDP und Herr Lindner, Sie wissen ganz genau, Steuern senken kann ich nur für die Menschen, die auch tatsächlich Einkommenssteuer zahlen. Was aber die FDP um den Herrn Lindner schlichtweg verschweigt, ist, dass rund 14 Millionen Rentenempfänger in Deutschland keine Steuern zahlen. Studenten und Sozialleistungsempfänger, Sozialgeldempfänger sicher auch nicht. Und dass viele Menschen mit geringen Arbeitsentgelten auch oder nur ganz wenige Steuern zahlen. Was aber Herr Lindner bewusst einkalkuliert ist, dass alle Menschen in Deutschland mittelbar oder unmittelbar von der CO2-Besteuerung seit dem 1. Januar 2021 belastet sind. Erinnern Sie sich bitte daran, als Sie am 1. Januar 2021 an die Tankstellen gefahren sind, da ahnten wir Schlimmes. Die Preise sind sofort nach oben gegangen. Und eines ist auch klar, alleine nur durch diese Preissteigerung ist es 2021 und auch in Folge jetzt 2022 durch die weiteren CO2-Preissteigerungen hier zu höheren Lebensmittelpreisen und 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 gekommen. Würde sich der Finanzminister Lindner mit seinem Vorschlag durchsetzen, würden allein Millionen Menschen in Deutschland, wie bei der Energiepreispauschale 300 Euro, von einer steuerlichen Entlastung ausgeschlossen sein, weil sie, wie ich es eingangs erwähnte, gar keine Steuern zahlen würden. Das Klimageld dient als sozialer Ausgleich vor allem für einkommensschwache Menschen, wie zum Beispiel für Rentner und soll gerade nach dem Koalitionsvertrag dazu führen, dass die Menschen wegen der hohen CO2-Bepreisung und der CO2-Steuer einen finanziellen Ausgleich bekommen. Wir alle sitzen in einem Boot. Für die FDP sieht das offenbar so nicht. Rentenbescheid24 sagt, so nicht, Herr Lindner. Das soziale Klimageld muss für alle in Deutschland gelten und zwar so schnell wie möglich. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.